So ein Samenkorn ist wirklich ein Wunder der Natur. In diesem Samenkorn ist alles enthalten, was die Pflanze braucht, um zu starten. Willkommen auf der Färberwiese. Heute ist ein spezieller Tag. Es ist nicht nur der erste schöne warme Frühlingstag, den wir haben, schon bald ein Sommertag, sondern es ist auch der erste Workshop dieses Jahr, im Rahmen des Projekts Multikulti Biodivers. Also hier die Keimblätter und dann die ersten Laubblätter, die sind gezahnt, die sehen anders aus. Eigentlich geht es immer um den Boden und nicht um die Pflanzen. Wenn der Boden richtig ist, dann geht es den Pflanzen gut und der Boden soll nachhaltig gepflegt werden, sodass über Jahre auch immer ein gesunder Boden vorhanden ist, für ein gesundes, gutes Früchtgemüse am Schluss zu ernten. Warum treibt man dann den Aufwand überhaupt, man kann die Setzlinge im Geschäft kaufen? Warum? Was ist die Idee, die selbst zu machen? Und für mich ist der Antrieb, ich kann damit wirklich aussuchen, welche Gemüse ich setzen will. Und warum macht man das überhaupt Setzlinge? Warum sät man nicht direkt ins Beet? Das macht man auch. Für gewisse Gemüsesorten, da komme ich gleich drauf. Aber für andere produziert man vorher Setzlinge. Und warum? Warum macht man das? Die Idee ist, dass man die Wachstumsperiode verlängern kann. Wir setzen eben ja zum Beispiel Tomaten, ein Lieblingsgemüse für viele. Und hier bei uns in der Schweiz ist der Sommer ja nicht so sehr lang. Und wenn wir anfangen, Setzlinge zu produzieren, erst im Haus, dann können wir diese Wachstumsperiode verlängern. Weil sonst, wir pflanzen die Tomaten in der Regel im Mai aus, weil dann keine Froste mehr kommen. Sonst hier im April hat man immer noch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es Nachtfrost gibt und dann gehen die Tomaten kaputt. Also größerer Erfolg durch gute Keimbedingungen. Alles, was du jetzt aufgezählt hast, Tomaten, Peperoni, Kürbis und so, das sind alles die wärmeliebenden Gemüse aus dem Gartenbeet C. Und die werden grundsätzlich alle erst Mitte Mai nach den Eisheiligen ausgepflanzt. Und das sind genau die, die man eigentlich ganz sicher vorziehen sollte. Das sind die Nachtschattengewächse, die Kürbisgewächse und die Süßgräsergewächse. Die sind hier in Bildern aufgeführt. Das ist genau das, was die Margit jetzt aufgezählt hat. Alles, was nach den Eisheiligen erst raus kann. Ein Kohl sieht man auch vor. Idealerweise arbeitet man grundsätzlich mit Setzlingen. Aber der kann auch schon im April ausgepflanzt werden, wenn es der Boden zulässt. Dort, wo ich die Samen kaufe, da hat man hinten drauf auch die Anleitung. Also hier ist angegeben, ab wann man sie, das sind jetzt Rüepli, ab wann man sie säen kann ins Beet. Und ab März bis Juli wäre die Saatzeit und dann die erdende Zeit fängt dann ab, je nachdem wann man sie ausgesät hat, ab Juni an. Und dann wird an der Seite Gartenerde aufgefüllt und der Setzling dann aufgerichtet. Sollte ungefähr in der Mitte sein vom Topf. Die Tomaten kann man ruhig tiefsetzen. Und auch später, wenn man sie auspflanzt, kann man sie bis zu den Keimblättern tiefsetzen. Vielleicht ein bisschen schräg. Heute haben wir, wie gesagt, den ersten Workshop mit Margit und Isabel. Sie waren letztes Jahr schon dreimal da gewesen oder zweimal da gewesen. Und wir haben drei Workshops gemacht, aber sie haben zwei davon übernommen. Sie werden das Jahr weitere Workshops machen. Wir schreiben die jeweils aus. Ich mache Flyers, verteile die in den Schrebergärten, in den Garage etc. Auf der Stadt findet man die auch. Wir freuen uns, wenn Leute von aussen auch dazukommen. Das hat heute schon Leute von aussen. Und das macht das Ganze sehr, wie soll ich sagen, dummisch. Und es ist für alle offen, die hier kommen wollen und profitieren von den Workshops, die wir hier machen.